Yo, 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 Yashiro hier. Ihr wolltet wissen bis wann die Anmeldung geht und wann es losgeht. Hier ein kleiner Track. Ja. Ja Leute, hört euch das an und seid dabei. Leute, was für ein Datum haben wir heute? Ihr wollt Infos zum Turnier? Meine Caps, meine Beute. Die Anmeldung geht noch bis zum 18.01. Ab dem 19.01. könnt ihr eure Gegner zerbersten. Auf Facebook, YouTube und so weiter. Gibt's mehr Infos von mir? Ich bin der Leiter. Es gibt bestimmte Regeln, die solltet ihr beachten. Yo Leute, ich freu mich auf die Ferien schlachten. Yo, 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 Yashiro streamed by Twitch. In Twitch ist mein Name. It's S4Leak. Macht schnell, dass ich eure Anmeldung krieg. Also Leute, habt ihr alle verstanden? Die Anmeldung dauert. Ihr habt Zeit. Sie ist bis Montag vorhanden. Yeah. Bis zum nächsten Mal. Leute, einen Daumen nach oben. Oder abonniert den Button, findet ihr oben. Vielen Dank nochmal an alle Zuschauer und Liker. Wenn es so weitergeht, mach ich mit den Videos weiter.